Ich habe euch gebeten, mir das Leben schwer zu machen als Baum in Akron. Ja, ich habe auf meinem Discord aufgerufen zu einer Runde Multiplayer Akron The Squirrels und das Ding findet ihr natürlich immer noch für 1999 im Pico 4 Store. Ja, wie sehr ihr mir das Leben schwer gemacht habt, das könnt ihr euch jetzt in diesem Video anschauen. Leider habe ich euch nicht gehört, es gibt ja leider keinen Voice Check bei dem Spiel, aber ich glaube, das war auch gar nicht so schlecht, dass ihr mich nicht gehört habt. Ja, ich bin wieder in Akron, Attack of the Eichhörnchen und da ist schon der erste, Sabrina ist da, Shepi ist da, mal schauen, wer noch kommt. Ich habe auf meinem Discord eingeladen, mir das Leben hier als Baum schwer zu machen und da kommen sie alle, guck mal, Surijo, Revierpower, ich grüße euch, auch wenn ihr mich nicht seht und nicht hört, guck mal, da kommt noch Shigsu. Es wird richtig voll, also es wird schwer für mich, ich sehe das schon. Es ist wieder sehr warm, muss ich gestehen und also fünf Runden habe ich gesagt, die mache ich auf jeden Fall und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. So, ich würde sagen, erstmal zum Warmwerden, wir legen hier mal los, komm, ich hau die mal hier weg hier, das könnt ihr ja nicht sehen und nicht hören, aber später ist alles egal, also komm hier. Okay, ich mache einfach mal weiter, machen keine Bots, dann können nämlich noch Leute mit rein. So, und wir fangen an, eins, zwei, drei, vier, fünf, wir machen einfach alle Maps, oder? Komm. So, machen wir die Seelichtung und dann würde ich sagen, los, auf geht's, ich bin sehr, sehr gespannt. So, ich bin der Baum, haha, ich wipfel hier mit meinem Wipfel, oder? So, da kommt jemand, der Shippie kommt, da kommen sie alle. So, schauen wir mal, schauen, was hier so passiert. Okay. So, sofort den Shippie hier mal abgeworfen. Ja, komm her, du. Zack, so, abgeworfen, wen haben wir noch? Komm mal her hier. Habe ich einen übersehen? Ne, ne, ist, wieso ist denn da schon einer weg? Was habe ich denn denn nicht gesehen? Scheiß hier. Ey. So, habe ich. Habe ich auch. So, wir müssen hier was sprengen. Zwei sind schon weg. Was ist denn da los? Ich kann nicht mit links, Leute. Ey. So, zack. So, zack. Auf die Rübe hier. Ach, scheiß. Ach, da hinten laufen sie. Komm, spreng das hier mal, ey. Mann. Komm doch. Jawohl. Jawohl. Es war knapp. Versteht? Okay. Ach so, die sind unterwegs. Also, wenn da... Ey, was ist das hier? Uhu, ha, ha, ha. Ey. Den Schäppchen, den... Gib mir das hier wieder. Mann, ey. Mann, 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 Mann. Jetzt haben die Eichhörnchen hier gewonnen. Die haben mich abgezogen. Okay, das muss ich besser machen. So. Puh. Ja, 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 ja. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Leute, die dabei sind. Was ist das? Glück hat denn hier die ganze Zeit. Kann man den da abwerfen? Okay, komm, wir machen den nächsten. So, dann machen wir mal hier Höhlenplateau. Ich bin gespannt. So, das muss ich mir aber hier anstrengen. Also, das ist dann doch ein bisschen schwieriger, wenn mehrere Leute mitmachen. Das passiert nicht. Ah, ich muss Geduld haben. So, Geduld war noch nie meine Stärke, wisst ihr. So, mal gucken. Hier ist ganz viel mit Wasser und so. So, ich muss mal ein bisschen mehr hier so aus dem Handgelenk werfen, glaube ich. Ah, guck mal, Leute, das klappt doch schon ein bisschen besser. Okay. Ja. Ey. Okay, das ist schon wieder los, dass die mir das hier klauen wollen, ne? Okay. Ich gucke mal. Guck mal, die buddelt sich hier ein, aber was soll denn das? So. Ey. Mann. Das gibt's doch gar nicht, ey. Jawohl. So. Ach, komm. Ach, scheiß hier. Mann. So. So, gesprengt. So, ich hab erst einen verloren. Zwei Linie. Wo ist denn die dritte? So. Okay. So. Komm schon. Mann. Scheiß hier. Mann. Wie hab ich denn hier, ey? Jawohl. Der war sehr gut. Der war auch sehr gut. Sprengt das doch hier, ey. Der trifft ihn doch sehr gut. So, jetzt machen wir da mal so ein bisschen Wasser. Trifft den Kaiser da hinten. Mann. Ja, sehr geil, sehr geil. So, ich hab sie alle gesprengt. Gesprengt. So, sie finden die. Letzte. So. Zack. Wie lange muss ich noch? 16 Sekunden. Jawohl. Alle gesprengt. Wo ist das Ding? Hallo? Oh. Nein, 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 nein. Sehr gut. Sehr geil. Ey. Es ist zu Ende. Ich hab gewonnen. Oder? Ey. Ey. Wieso verbundern die sich denn da? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gesprengt. So. Auf die Rübe. Ach Mann, ey. Ja, was? Huhu. Ey. Du blöd mal nur. Mann. Schon wieder gewinnen die Eichhörnchen. Was soll denn das? Ich bin hier nur noch am losen. Verflucht. Ihr habt da gut gemacht hier. Auch wenn ihr mich nicht hört. Könnt ihr euch anschließend anschauen. Ihr habt da echt super gemacht. Hier. Ich klopfe euch alle mal an auf die Schulter hier. So muss das sein. Okay. Boah, Leute. Ich bin hier voll am transpirieren. Ihr liegt wahrscheinlich gemütlich auf dem Sofa. Ey. Da wird hier so. Äh, äh, äh. Und ich kann mir hier voll an abhetzen. Als Bäumchen. So, dann machen wir den stillen Fluss. Ich bin gespannt. Los dafür. Hab dafür. Ach. Bin durcheinander. So. Puh. Ja, also wenn jetzt fünf Leute mitmachen, ist das Ganze hier schon so ein bisschen schwieriger. Das ist doch schon wieder. Träfft den doch mal da, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, he, he, he. Hö, he, he, he. So, Mann, ich hab den doch getroffen. Träfft den doch mal da hinten. Verfluchte Axie. Scheiß hier. Mann. Was hab ich denn hier schon alles verloren hier? Das gibt's doch gar nicht. So. Lässt ihr das da liegen? Ach, Mann. Spreng das doch hier. So. So. So, warte, 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 warte. Jetzt trefft den doch da hinten. Jawohl. So. Hau doch mal hier. Entschuldigung, aber ich muss ja auch den Kopf hauen. So. Mach den doch hier kaputt. Mann. So. So. Jawohl. So. Woll. So. Mein Gott, ey, was geht hier ab? Okay. Okay. So. Huh. Leute, wann hab ich denn hier nicht mal gewonnen? Ich hab sie alle umgehauen. Ich hab sie alle umgehauen. So, Leute, so geht das hier, ne? Hier, Sieg. Mein Gott. Puh. So. Es sind jetzt schon sechs, Leute. Das ist unfair. Und der Schäppi spielt, glaube ich, mit Controller. Das ist noch viel unfairer. So. Was haben wir? Squirrel Peak machen wir jetzt. Squirrel Peak. Bin gespannt. So, ich weiß gar nicht, wie lange geht denn jetzt so eine Runde? Vier Minuten oder was hab ich, glaube ich, erzählt, ne? Ah, zwei Minuten, 15. Okay. So, Squirrel Peak. Ich hab's dir nicht einfach im Kopf hier. Ja, komm her, du. Wieso verbundenen die sich denn jetzt schon wieder? Ah, so. 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 Ah, Mann. Ey. 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 Ich hab's schon wieder ein verloren. Einer ist unterwegs. Jawohl. Von hier hinten. Tut mir leid. Ich muss das aber machen, ne? Ich bewerte euch nicht gerne, aber... Ja, nein. Jawohl. Aha. Der klaut. Wer immer da klaut, ich weiß es nicht. Warum wirfst du ihn nicht mehr? So, zack. Ich hab' wieder nicht aufgepasst hier. Ja, der ist abgestürzt. Ich hab' das wiederbekommen. Sehr schön. Sehr geil. So. So. Und den Scheppi hier das Ding von... Nein! Doch. Sonst muss ich sie alle umhauen, ne? Um zu gewinnen. Was ist das denn? So fliegt in der Scheppi hier rein, ey. So. Ach. Ach. Ey. Nicht verbuddeln. Das ist unfair. Ach, Mann. Verfluchte Axie 1 zu 3. Boah, Leute, ich bin hier voll am, voll am transpirieren schon. Puh. Puh. So. Ja, die tanzen hier. Ja, habt ihr schön gemeint. Super. So. Wer kommt noch? Sabrina, Scheppi, Revierpaar, Kaiser. Wir warten mal. Vorhin waren es ja, glaube ich, 5 oder 6. Ich weiß nicht mehr. Puh. Ich muss ja auch mal ein bisschen Luft holen, ne? Ist irgendwie schön hier. Ich fühle mich toll als Baum. So. Kommt keiner mehr? Sabrina. Okay, dann machen wir weiter, ne? Muss ja auch mal. Dann habe ich vielleicht eine Chance, wenn es nur 4 sind. So. Wir machen den Abend, weißt du das? Abendrotfelder. Los geht's. So. Okay. Auch das sieht sehr, sehr schön aus. Nützt es aber nichts, wenn ich immer verliere. Wieso hat der denn da hinten schon wieder so eine... Oh. Mann. Ach, Scheiße. Das ist doch alles... Jetzt treff den doch mal da hinten. Mann. So. So, auf den Schädel. Zack. Meine. Meine Nüsse, meine Eichel, meine alles. Ach, Scheiße hier. Nicht klauen. Das gehört mir. So, zack. Sehr gut. So, sehr gut. Ach. Mann. Was ist denn da ein Brett im Weg? Verfluchte Axt hier. Mann, ey. Das macht doch keinen Spaß mehr, ey. Verfluchte Sch... Mann. Ich riech mich hier auf. Das ist unfair. Ich bin alleine, ihr seid zu fünf. Das ist völlig unfair, jeder Spiel. Ich hab ja gar keine Chance. Mann. Ich mach jetzt die leuchtende Grotte hier. Ich grotte euch weg. Shit hier. Okay. So, auf einen Hohen. So, das ist ein bisschen näher. Ich hab gesprengt. So, diesmal nicht, mein lieber Kollege. So. Hast du so gedacht, ne? So. 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 So, ist bei mir. Ist bei mir. Ne. Wieso macht ihr denn immer mit deinem blöden Brett da, ey? So. So, sehr gut. So. Nein. Triff den doch. Sehr gut. Das ist unfair, was ihr da wieder macht mit mir. Ach, das ist doch scheiß. Werf ihm was auf den Kopf hier verflucht. Das ist doch... Oh, komm. Jawohl. Jawohl. Ach, komm. Jetzt träff doch diese blöde Nuss da, ey. Mann. Ach, das ist doch scheiße. Die Eichhörnchen gewinnen die die ganze Zeit. Leute, ich kriege keine Luft mehr. Mann. Die freuen sich ja wahrscheinlich alle vollen Ast, ne? So, was haben wir? Gespenstlicher Schrecken. Leck mich an den Arsch hier, ey. Ach so. Ich bin voll am transpirieren übrigens. Mein Gott, ey. Hallo? Okay, hier ist ein Grusel. Grusel ist meins. So, da hinten ist der komische Berg. So, wir machen das Ganze hier mal ein bisschen langsamer. So. Der wieder buddelt sich hier wieder ein, ey. So, hast du dir gedacht, mit deinem Einbuddeln? So, diesmal habe ich ihn. Habe ich auch so. Die Runde gewinne ich, Leute. Wie ist es denn hier schon wieder was? Ach so, eine liegt hier, ne? Ist nichts unterwegs? So, hast du dir so gedacht, ne? Wo sei denn? Ja, was ist hier? Na, komm. So. Ne, 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 ne. Nicht mit mir diesmal. Ich bin... Ach. Scheiße. Mann, wieso sind die da in so einem Locker... Ach so, der ist abgestürzt. Das ist sehr cool. Ach, Mann. Okay, die stürzen ab, ne? Die machen sich selber nieder hier. Ja. Habe ich gar nicht getroffen, den Kaiser, ne? Ach, scheiß hier. Mann. So. Ach, ich dachte, ich hätte den. Komm schon. Ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Mann. Ach, scheiß drauf, ey. So. Sie alle gesprengt. Die Karte gefällt mir. Ja, komm raus, du Kleiner. Ja, hast du dir so gedacht, ne? Wie hat der da hinten einen? Mann. So. Neun Sekunden noch. So, tschack. Ach, scheiße hier. Komm runter, mich fach... Ey! Ach, Mann. Hä? So. Wer läuft denn hier noch rum? Ah, okay. Den muss ich noch... Hab ich gewonnen, ne? Ja, komm her, du Kleiner. Komm her, komm, 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 komm. Ja, wo bist du denn? So, ich hab gewonnen. Ja, 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 ja. So, so geht das. Bäh. Blö, 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 blö. So, launischer Sumpf. Bin gespannt. Dafür, dass ich nur fünf Runden spielen wollte, bin ich schon bei acht. Okay. So, dann schauen wir mal. Wieso ist denn das da vorne schon die Eichelgedöhne da? Ach. Ja, werf den noch mal einen vorm Kopf hier. Das ist doch unfair. Wieso ist denn das so nah bei denen da ein Husken, ey? Ach, den Sumpf finde ich doof, ey. Der Sumpf ist doch scheiß. Wer hüpft denn hier die ganze Zeit vor meiner Nase rum, ey? So. Ha, ist abgestürzt. Wie, abgestürzt? Da komme ich doch gar nicht dran. Ich habe den getroffen. Das ist doch hier einfach alles nur noch unfair. Den Sumpf mag ich nicht mehr. Ach, das ist doch kacke hier, ey. Mann. So, jetzt mache ich zufällig. Zufällige. Los. So, jetzt passiert irgendwas. Okay. Schauen wir mal. Ich habe den noch getroffen. Ey, geh weg. Boah, Leute. Der hat sich gerade noch eingebuddelt. So, ah, hier hast du da. Auf dem Kopf, du. Boah, Leute. Das ist aber bockschwer, wenn man gegen so viele spielen muss. So. Komm. Zack. Jawohl. Wieso ist denn der da jetzt so weit geflogen? Was soll denn das hin? Das ist doch alles beschenkt hier. Wein gleich. Alter, ist das schwer, ey. So, zack. Alle hier eliminiert. Hast du dir so gedacht? Ne, hier kommst du angeflogen mit deinem blöden Schild, ne? Na, komm mal. So. Ey, ich habe den gesprengt. Mann. So, einer muss hier noch irgendwo sein, ne? Wieso haben die denn schon wieder gewonnen? 2 zu 7, ey. Komm, wir machen 10. 10 Punkte, ne? Oder? Mann. 2 zu 7. Ich gehe. Ich luse hier voll ab. Ihr spielt sehr gut. Das muss ich euch lassen. Spreng den doch, ey. So. Okay. Okay. Zack. Zack. Was war das hin? Zack. 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 Da klaut einer, ne? Hinter mir. Ach, scheiße. Scheiße, Mann. So. Meins. Meins. Juhu. Haben alle Spaß hier, außer ich. Jetzt treff doch dieses Bomben-Ding da, ey. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Mach doch mal den da kaputt. So. Warum treffe ich das nicht? So, die saufen alle ab. Hä, 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 hä. Wieso habe ich jetzt kein... Nix in der Hand gehabt hier? Ach, treff den doch. Ey, guck mal, die spielen ja zusammen. Die helfen sich ja untereinander hier. Ey, das ist doch unfair. So, komm, einen noch. Letzte, Leute, letzte. Einmal machen wir jetzt hier noch. Jetzt mach mir aber hier nichts, wir sind Sumpf geschissen hier. So Versteck dich doch nicht dahinter So, hast du dir so gedacht? Kannst hier was bauen Kannst aber nicht, soll gesprengt So, jetzt aber So Hast du dir so gedacht? Habt ihr euch so gedacht? Jetzt habe ich den Dreh hier raus Mann Ach, werf doch ab da hinten Sehr gut Ach, mach doch Ach, scheiß Leute, läuft doch die Suppe aus dem Headset hier Ich beschmeiß euch alle Macht doch hier Bumm Ach, scheiß Jawohl Ach Mann, das war so gut hier die Runde Ich hab den noch getroffen Ach, scheiß Das hab ich nie gesehen 2,9 Na komm, ein Mal mal noch Es werden immer weniger Ich verliere sogar gegen drei Leute Das gibt's doch gar nicht, ey Letzte Letzte Ein Mal noch Ein Uno Uno, ein Die hören mich nicht, ne? Ist egal So Letzte Letzte Ich achte jetzt hier auf alles Kommt her Guck, jetzt sind's schon weniger Aha Die anderen haben Angst gekriegt, so Kommt, trau dich So So, vor den Kopf Ach, scheiß Jawohl Jawohl Mann Ich hab doch gesprengt Ach, scheiß Hier Brücke Ach, jetzt hab ich nie aufgepasst Da hinten Oh Leute Ich lose hier sogar gegen drei Leute Das gibt's doch gar nicht So Okay Komm her, komm her Ach, scheiß Über die Bombe treff ich mir Triff den doch da hinten, bitte Jawohl Wasser Bombe Leute, das ist Mega anstrengend Ja, den krieg ich nicht mehr, oder? Ja, natürlich geil gewesen Ach, der hat mich ja auch schon wieder reingelegt Noch eine Minute Das Schaff ich Wieso hat der sich denn gerade mal verbundet Wenn ich hier werfen wollte, ey Ich hab den gesprengt Okay Zwei zu zehn Ich bin mega, mega, mega untergegangen Ich sag auf jeden Fall schon mal Danke Ich winke jetzt einfach mal Ich hoffe, die können mich sehen Und Ja, ich sag vielen, vielen Dank Fürs Mitspielen Auch wenn ihr mich nicht hört Ich schwitze Mir läuft die Suppe aus dem Headset Vielen, vielen Dank Es hat mega, mega Spaß gemacht Ich hoffe, euch natürlich auch Ich gehe jetzt raus Ich mache mich frisch Und Ja, vielleicht Nächstes Mal Wieder eine Runde Equon Es hat mir mega, mega Spaß gemacht Und natürlich Vielen Dank An alle, die dabei gewesen sind Mir das Leben Hier als Baum Schwer zu machen Und es ist mir Sehr schwer gefallen Das habt ihr gesehen Ich habe sehr viel geschimpft Ja Aber es ist auch teilweise Ja, unfair Muss ich sagen Beziehungsweise Ich finde schon Eine Ecke zu schwer Wenn da so viele Eichhörnchen Auf einen zustürmen Von links und von rechts Und dann haben die da so ein Schild Die können sich verbuddeln Und was weiß ich Was die alles machen konnten Man ist hier nur noch am Werfen Ja, man fokussiert sich irgendwie Auf ein Eichhörnchen Rechte Seite Und links werden auf einmal Die Eichhörnchen geklaut Und so weiter Es macht auf jeden Fall Fun Was ich wirklich vermisse Ist ein Voice Chat Ja, man soll es ja Im heimischen Wohnzimmer spielen So zeigt es ja auch der Trailer Ja Also einer mit VR-Brille Und die anderen sitzen halt Drumherum mit ihrem Tablet Oder mit ihrem Handy Klar, dann kann man sich unterhalten Aber es bietet ja natürlich Diese Online-Funktion Und dann kann man das natürlich Auch online spielen So wie wir das jetzt gemacht haben Und da finde ich es ein bisschen schade Dass man sich wirklich nicht unterhalten kann Aber sei es drum Wie gesagt, ich hatte mega, mega Spaß Ich finde es leider immer noch zu teuer Für 1999 Also da hat sich meine Meinung Jetzt auch nicht geändert Für einen Zehner wäre das Ein perfektes Ding Heutzutage Ja, möchte ich nochmal hinzufügen Damals als es erschienen ist War vielleicht 20 Euro Ja, ganz okay War ganz cool War neu Aber es ist halt schon ein bisschen älter Also wenn es mal im Sale ist Dann kann ich euch das wirklich empfehlen Wenn ihr zu Hause mit euren Kids Oder mit der Familie Oder sonst wie Ekron zocken wollt Ja, wenn ihr demnächst auch mal Gegen mich oder mit mir spielen wollt Also solche Discord-Multiplayer-Sessions Die mache ich regelmäßig Einfach mal auf unseren Discord joinen Ja, Link in der Videobeschreibung Und dann könnt ihr vielleicht Schon beim nächsten Mal dabei sein Ich würde mich auf jeden Fall Riesig, riesig freuen So, und jetzt hoffe ich natürlich Dass ihr euren Spaß hattet Ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall Und dann hoffe ich natürlich Dass wir uns jetzt beim nächsten Video Wiedersehen Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal